Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns Ihre Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Der Tag beginnt eher unangenehm, aber das ist kein Grund, sich in den Hintergrund zu verkriechen und zu verstecken. Das beste Mittel ist, mit anderen über Ihre Gefühle und Sorgen zu sprechen. Kommunikation ist der Schlüssel, um den Stress Ihrer Situation zu lindern. Gesundheit Geben Sie sich den Freiraum, den Sie für eine gute, gesunde Woche brauchen. Dazu gehört die Planung im Wohraus. Überlegen Sie sich, wie Sie jeden Tag trainieren wollen, planen Sie mindestens drei Mahlzeiten ein, die Sie zu Hause zubereiten mit Resten für das Mittagessen am nächsten Tag, und geben Sie sich eine allgemeine Uhrzeit, bis zu der Sie bettfertig sein müssen. Diese Art der Planung kommt Ihnen zugute, wenn Sie versuchen, die Energie Ihres Körpers in hektischen Zeiten zu regulieren. Liebe Der Aspekt, der hier im Spiel ist, bedeutet, dass Sie wahrscheinlich einen angenehmen Tag mit Ihrem geliebten Menschen verbringen werden. Aber Sie müssen aufpassen, dass Sie ihn nicht versehentlich verärgern, indem Sie denken, dass Sie etwas Lustiges sagen, nur um dann festzustellen, dass Sie ihn versehentlich verärgert haben. Worte können je nach Gemütszustand des anderen eine andere Bedeutung annehmen. Seien Sie so unaufdringlich wie möglich. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Beginnen Sie Ihren Tag richtig. Wachen Sie auf und nehmen Sie sich eine Stunde Zeit für Aktivitäten zur persönlichen Entwicklung. Meditation, Selbstbeobachtung, Naturbeobachtung und so weiter. Tun Sie die Dinge, die Ihnen ein Gefühl der Glückseligkeit, des Optimismus und der Kraft geben, damit Sie einen positiven Ton für Ihren Tag setzen können. Ich garantiere Ihnen, dass Ihre Tage angenehmer und erfüllter sein werden, sobald Sie damit beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Bis bald.